und damit willkommen zurück bei indiana jones so an dieser stelle muss ich einmal gestehen dass ich doch mal in die lösung reingeluschert habe aber wirklich nur in diese stelle hier weil ich weiß jetzt im moment wirklich nicht weiter oder wusste nicht weiter ich glaube darauf werden wir auch nie gekommen aber ich probiere es gleich einfach mal aus zwar mit diesem bernsteinfisch müssen wir da wo sophia ist das absuchen da soll irgendwo eine brüchige wand sein oder so wo dieses origalkum hinter ist und ich glaube darauf wäre ich nie gekommen na gut jetzt muss ich noch mal gucken wie wir denn zu der lieben sophia kommen gehen wir mal hier durch ich glaube da war der fahrstuhl ja dann drehen wir mal hier drauf die dumm oh mann ist das episch wir sind ja auch noch nie runter gefahren also das ist völlig neu für uns hallo sophia so ich bin mir nicht ganz sicher ob wir hier gucken müssen oder ob wir in raum weiter müssen auf jeden fall ist das hier glaube ich nicht so verkehrt wir reden erstmal mal mit der sophia sophia ja in die wachsen steigen hoch und runter glaubst du wir haben uns verlaufen folge mehr du gehst voran okay jetzt benutzen wir den bernsteinfisch mal hoppla zeigt auf mich und wir wissen warum zeigt er wohl auf uns weil wir die perlen natürlich an uns genommen haben jetzt packen wir mal diese kern mal diese kern diese perlen mal in diese schachtel das origalkum ist nun in der kiste so jetzt schließen wir diese kiste mal und wir benutzen noch mal diesen fisch jetzt zeigt er nämlich auf soviel er zeigt auf soviel als halsband er muss da drin rückstände von eure kalkum finden dann reden wir mal mit sophia hör mal ja moment machen wir nochmal folge mir können wir die mit ihr benutzen oder ähm es ist eine goldene kleine kiste können wir irgendwas abnehmen oder wir geben oder wir geben wir können ihr nicht auch nicht geben ach das ist ja jetzt blöd also der lösung nach sollten wir eigentlich dafür sorgen dass sie die kette in die kiste packt ja zeigt auch soviel als halsband ja das hatten wir ja schon mal und wie kriegen wir sie jetzt dazu dass sie die da reinpackt ja moment müssen wir die wieder öffnen oder wenn wir die schließen achso dann ist automatisch das urk kommt da dran benutze kiste mit mhm ähm wir könnten dir die nicht jetzt auch nicht geben das ist ja das blöde reden wir mal mit sophia nochmal sophia ja glaubst du wir haben uns verlaufen folge mir das ist ja jetzt echt blöde ja irgendwie müssen wir sie doch dazu kriegen dass die dass sie die kette da reinpackt das urkalkum ist schon in der kiste achso wieso können wir ihr nicht die kiste geben ähm hm hm wenn wir den nochmal benutzen jetzt zeigt er auf uns ne hoppla er zeigt auf mich das ist ja verflixt jetzt ne nü ne nü so moment jetzt sind wir aber schon eigentlich soweit dass wir das jetzt ja wissen ich guck mal eben kurz nach da 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 mhm na komm schon so das muss doch irgendwie gehen ich schließe nochmal die kiste ja das ist echt blöde sonst gehen wir nochmal eben zurück rede können wir sie nicht können wir sie nicht hier lassen hör mal ja glaubst du wir haben uns verlaufen wer heißt ich bin zu nervös für solchen kinder kram hm hm wachsen was machen wir jetzt lass uns nach einem ausgang suchen ich würde sie liebend gerne darum bitten dass sie hier bleibt wachsen stalagniten hoch oder runter hm hm aber bei weiterem nachdenken nach unten das hatten wir ja auch alle schon ich ihr merkt vielleicht dass ich gerade so aufmerksam bin weil ich gerade hier im moment in die lösung reingucke blablabla geh wieder nach unten zu zu hier achso das hatten wir alles schon das haben wir ja soweit auch richtig gemacht da ist nur noch einen rundgang hm besuchen hm 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 wir sollen so viel überreden hier heißt man hinzuzufügen zur kiste aber wie kriegen wir das denn hin sie möchte ja mit uns gar nicht darüber reden das ist ja sehr merkwürdig er zeigt auch so viel als halsband und jetzt müssen wir aber nur mit dem wir haben ja gar nicht die option verstehe ich nicht das verstehe ich jetzt echt nicht so sie überreden durch das loch zu gehen und das trotzdem moment kann sein dass wir das hier noch gar nicht machen können dass wir das erst hier machen können was steht denn hier geh wieder hunden zu so viel am nächsten auch musst du sie überreden durch das loch zu kriegen und das tor zu öffnen du gelangst nun in einen rundgang um hier einen ausweg zu finden musst du den bärenschnittfisch ja ok können wir hier mit ihr reden hör mal ja ach was kann ich mir dann heißt man einen augenblick lang ausleihen das ist natürlich geil gemacht also jetzt haben wir schon gewusst quasi aber kann können das nur in diesem raum hier auswählen das ist ja wirklich funny also wie soll man da drauf kommt ganz ehrlich wie verstehe ich nicht na gut da hat man ja locker dran verzweifeln können weil man selbst wenn man so weit gekommen wäre da hat man gesagt scheiße und was nun ich habe nicht mal die option das anzuklicken naja gut ich glaube es steht mir besser ich fürchte nur ob es hat schlechten einfluss auf dich es bringt unseren euch heilkommendetektor durcheinander so wo ich danach denke weiß ich auch nicht mehr ich will nur abseil in die kiste stecken also gib mir das heilswand also müssen wir es verstecken glaubst du dann sage nur abseil ist ein großer könig er hat den durchblick durch was bist du völlig verrückt geworden doch machen wir es einfach mal nur abseil hat den durchblick der große könig na gut ich kann dir das heilswand nicht geben wie bitte aber sag mir deinen plan und ich helfe dir ich will es in die gold kiste tun ich will es selber mal tragen ich will es auseinander nehmen ich will es in einen tiefen schacht werfen das finde ich gut nein wir legen es in die gold kiste mehr wollen wir doch gar nicht machen du kriegst es danach auch sofort wieder versprochen okay jetzt sag nicht wieder nein gib mir die schachtel und ich lege es hinein ja wie lange willst du denn noch quatschen bling da aber nur für ein paar minuten stück sie kann die schachtel auch nehmen da habe ich kein problem mit danke wenn sie das sicherer macht oder sie sich dabei wohler fühlt dann benutzen wir nochmal den bernsteinfisch er zeigt nirgendwo hin also würde es in der nähe kein orich halckum geben es darf in der nähe kein orich halckum geben es darf in der nähe kein orich halckum geben dann gehen wir mal hier durch benutzen wir den nochmal er zeigt nirgendwo hin also würde es in der nähe kein orich halckum geben gut ich habe so eine idee im moment bis zu dieser wand das hatte ich ja gelesen dass er eine wand sein soll und das hier sieht mir sehr verdächtig aus deswegen benutze ich den hier einfach noch mal er zeigt mir wohin okay also war es doch nicht verdächtig dann gehen wir mal wieder zurück da waren wir glaube ich eben hier könnte es auch noch mal seine er zeigt mir irgendwo hin okay gut gehen wir mal da durch das sieht alles irgendwie verdächtig aus er zeigt auf die nackte wand dahinten aha okay dann immer mal wieder unsere beliebte schiffsribbe mit der wand jetzt muss die cd erst mal wieder sie an ist das ein geheimer durchgang können wir die tür öffnen ah guck mal dann gehen wir mal da durch oh sieh mal eine orchalkump perle dann haben wir schon drei das muss die perle sein auf die der detektor angesprochen hat prima jetzt nehmen die gold kiste zurück ich will mein halsband wieder tragen oh Vielen Dank.